Juhu, Outback wird ja dieses Jahr auch noch bearbeitet. Aber erstmal genießen und erst einmal hallo da seits und willkommen zurück bei Rainbow 6 Siege. Auch irgendwie bezeichnet, dass Tachanka erst überarbeitet wurde und ewig getestet wurde, ewig getestet wurde und jetzt auch noch verbessert wurde. Das war nach Zeiten, als man bei Glass eine Verbesserung vorgenommen hat, beim nächsten Mal genau die gleiche Verbesserung wieder rausgenommen hat. MG, seit wann spawnst du denn am Lagerhof? Das ist ein Aufmerksamkeitstest. Aha. Hast du bestanden. Gibt aber nichts dafür. Habe ich das verlangt? Ja. Habe ich nicht. Ich habe es gespürt, dass du was verlangt hast. Hast du jetzt in den Spiegel geguckt? Mach, 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 mach. Der war gemein. Wenn du die Vorlage lieferst, kann ich noch nichts dafür. Ich habe den Flaschenverschluss fallen. Witzschl. Kein Grund, handgreiflich gegenüber solchen Flaschen zu werden. Ich bin gar nicht handgreiflich geworden. Was machst du mit deiner Krone? Was machst du denn? Du bringst da genauso hin und her wie die anderen Verrückten alle dran. Äh, scheiße. Hast du dir das jetzt abgeguckt von den anderen? Ah, das ist ja noch was. Medusi war das, glaube ich. Komm schon, komm schon. Da spielst du nicht selbst. Das sieht zu ungewöhnlich aus bei dir. Das ist nicht natürliche Seraphine-Bedingung. Warum ich? Ja, weil du da auch so hin und herzappelst wie die anderen immer so. Lass mich doch. Macht wahnsinnig. Das ist ja nett, dass ich dich wahnsinnig mache. Wer blende denn hier schon draußen? Die besagte erlaubt. Du, 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 du. Ich weiß nur Magazine. das ist die Bühne. Das wohnen ist kre ich stecke nach hinten ab einer ist über uns hi treppe wer war das denn das kapschraub der alibi ja perere die hat ein kapschraub die sitzt da hinten bei der küchenzeile bei dem kühlschrank hast du achtet okay ja ich hab's gehört touch lmg eliminiert was hätte ich gesagt kühlschrank ich hab sie mir bloß markiert damit ich sie besser treffe aber der markierung schiebt es hört es tak na Sophia krieg ich ja nicht so viel jeden tag ist so vier tag nein aber ich habe gestern mit der ziemlich oft gespielt mich gar nicht mal so blöd angestellt ja und Rosalie haben sie auch wieder nein wieso gerade ich sparte schon draußen helfen welche rein und die sind nicht dran oder wie einmal vor dem Käfer gerettet die Kripp geht in der Drohne links ist ein Ausgangsser final Käfer kauft schon jemand was Holzmäßiges auf und entschärft sie ich habe mich gerade ganz böse angeht warum auch immer ich habe ein Mistkäfer gesagt Kappschraubballer drum an der Außenkamera ist kaputt Kamerafall sind zu Kappschraubballer aufgespürt Was ist das? Ich lade ein OS-Magazin! Ich habe ein Magazin! Oben beim Hai stapft was. Oh Gott, das wird gut. Kamera vor. Ich lade mal nach! Kommen jetzt die Treppe hoch. Vorsichtig, ich bin am Fenster. Na, das können schrecklich sein. Ich decke nach unten ab. Grabschroll hebt noch, die kommt gleich an. Spielzimmer kommt was. Gechillt ist es. Letzte Minute. Ach, scheiße. Ein Scherfer noch im Spielzimmer? Da brauche ich nicht hin. Ah, in den Bullen. Nee, da auch nicht. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Die kommt doch gleich schon hinten an. Sowitsche ist rechts von dir. Ja. Es bleiben noch 15 Sekunden. Ein Gegner übrig. Zehn Sekunden. Entschärfer ist jetzt gesichert. Es bleiben noch 5 Sekunden. Ja, mach doch. Das wird nichts mehr. Scheiße. Hätte sie nicht weiter laufen können. Hat sich halt erschrocken. Ja. Die Bomben sichern. 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 Das Fenster ist nicht kaputt. Na gut, da ist ein Schlitter. Da kommt sie nicht rein. Die Bomben sichern. Die Bomben sichern. Äh, okay. Beide entfernt. Willst du vielleicht ans Fenster gucken? Ein Minimarkt. Das Ding macht ein Lärm, die Schockdorne. Da ist jemand. Und Schockdorne. Und Schockdorne, Schockdorne, Schockdorne. Die Gegner haben eine Bomben sind immer noch. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Verteidigt sie. Der Schockdorne. Das fliegt jetzt die 4 rum. Ich hab Flairs niedergeschossen und er schießt mich nieder in den Arsch. Zugleich verletzt. Ich hatte so viel Einblendung, dass ich erst gar nicht wusste, was ich jetzt aber tue. Weil der andere hat ihn dann gleich danach getötet. Boah, der Oryx, der macht doch eh wieder alles auf. Dann mach'n mal hinterher und mach'n alles zu. So viel Wände haben wir doch gar nicht. Angst. Nimm's doch von dir zuhause weg. Ja, ich reiß' meine 4 Wände ein, damit ich die hinter ihm aufräumen kann. Nö. Dann wirst du noch ein paar Zwischenwände haben. Oder nicht? Ich krieg' von meinem Vermieter noch irgendwas. Das ist doch nicht mein Problem. Naja, aber meins. Ekel. Alfred. Was? Der Oryx macht scheiße. Alfred. Alfred Ekel? Ja. Ekel alt. Kennst du nicht? Na doch. Ein Herz und eine Seele, das kenn' ich. Das ist also doch schon so alt. Tag, jetzt liegt hier Senf auf dem Boden. Was? Pfff. Warte. Hast du gar nicht so klein alt? Ich bin also doch schon so alt, hab' ich gesagt. Wechsle Magazine! Es bleiben 5 Sekunden. Wie du das kennst. Ja. Bombustandorte sind sicher. Böses Auge auf Patrik. Zeit für etwas Ablenkung. Vorsicht, da liegt Senf in der Tür. Zum Party-Raum. Böses Auge eingesetzt. Haben wir noch irgendwas Ketchup-artiges, was wir dazulegen können? Ja, ich ist auf der anderen Seite. Geht von Ash Ketchup. Ja, ich hab' schon verstanden. Was ist Ash Ketchup? Hat aber gedauert. Spielzimmer schießt jemand. Oh, da ist ja Hammermann. Oh nein! Vier Leute! Nein, er macht jetzt mein Zeug kaputt. Null, guck weg! Ich könnte mal ein paar Leute markieren. Oh oh! Wer schießt da? Keiner will kaputt machen. Was? Ja, vier Leute da. Spielzimmer. Vorsicht! Jetzt Böses Auge kaputt. Ich komm' da nicht raus. Oh, was? Das ist doch nicht dein Ernst. Wie kann er da durchschießen? Was ist das denn? Arschen? Ja, genau. Ja, ist klar. Robby Rob und dann mit Hammer Schild kaputt. Nukleär. 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 Boah. Zeichenständung. Mit'n Hammer auf den Kopf. Hm, Maistroller rechts daneben. Na ja, hat die schon getroffen? Nein. Waschküche. Ist ja dick. Ja, auch dick. Liegt nur am Rucksack. Das behauptet Ui Soft. Da müsste Rook ja auch dick sein. Oder ist der auch schwer gepanzert? Die Tonne. Die Bombs muss sichern. Schutzschatten werden eingesetzt. Die Band ist sicher! Oh, ich treff diese blöde Drohne nicht. Da ist noch eine. Es bleiben 10 Sekunden. Wenn ich mal in Ruhe anziehen kann man sich hier. Es bleiben 50 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Oh, was macht der denn? Bestimmt nicht laufen. Setze den Kommensmatte ein. Er geht stiften. Hoffentlich hat er ein paar Stifte mitgenommen. Der Bug. Den Westmann umgebracht. Oh, wieso? Ach, kacke mal. Was ist da denn jemand? Unter dir. Kommt doch mal. Ich bin da schon auf dem Weg. Ich bin nicht alleine. Ich fühl mich aber angesprochen. Beide. Kann man noch eine Matte finden, bitte? Zugangssperre. Ah, ist das nicht. Ah, ist das nicht. Das rechte Handgelenk sieht seltsam aus, wenn sie den Bogen anfängt zu spannen. Ist doch schön, oder? Liegt's immer alles im Auge des Betrachters? Äh. Ja, Hocker. Ganz deiner Meinung. Was soll Blinder dazu sagen? Das war zum Sonntag. Das war gestern. Ja, für den nächsten Sonntag. Ja. Deswegen war es noch so klein. Muss ich erst aufladen. Too much information, Hocker. Ich kann nie genug Informationen haben. Mehr ist immer gut. Die Tante. Hm. Drei TfLs. Oh, Hocker will wahrscheinlich Montagne umschubsen, wenn sie einen haben. Vielleicht schubs ich auch dich um. Nicht schon wieder. Heißt nicht schon wieder. Weil du das schon mal gemacht hast. Geht doch gar nicht. Doch, bei Terroristen ja. Das ist schon lange her. Die blauen Flecke sind ja schon weg. Kriegst du auch, jetzt kriegst du eine neue. Ja. Mhm. 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 Die Bomben sichern. Ganz genau erfasst. Kräse. Kräse? Nur noch 10 Sekunden. Fängt da eigentlich nur ans Essen? Es bleiben 5 Sekunden. Ich mag Kräse. Die Gegner haben eine Munde lokalisiert auf feindliche Aktionen vorbei. Achso denn der ist doch lecker. Also Käse mag ich generell. Aha. Ja. Ähm. Klar, ja. 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 Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Die haben auch noch Finca. Eine Munde wurde von den Gegnern lokalisiert. Oh. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Ich glaub denen war das Bomben entschärfen egal, die sind auf Jagd gegangen. ja. 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 Willkommen für heute Eingesicht. Nicht schlicht, da müssen wir eine Radbombe loslegen. Kölner bereit! Allen angriffen! Ich setze meine Begleiter ein! Na toll, Ubisoft. Mir wird schon aufgemacht. Bei mir steht das Spiel wieder blöd. Räger aufgehalten. Ich weiß nicht. Aua, was, Mann, Leute! Alter, wo, guck! Ich weiß nicht, euer Ernst. Wie schnell Ash habe ich? Oh, ein GE! Warum machst du denn das? Ja, ich weiß nicht, warum keiner da hinguckt, ey. Ungünstig. Ich weiß nicht, ob ich mir schauze. Ich kann uns gleich auf dem Weg stehen. Ich kann das noch nicht. Es ist im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich viel schreit. Es ist ein 180er und zerstört. Ich verstehe mich. verbleibt nicht rot die gegner hat meine bombe lokalisiert schützt sie die gegner haben eine bombe gefunden verteidigt spritzt sonst stört man immer so wenn man die trommel schriftlich abbekommt so weit unten wie das war packt die blendgranate ein wird zu blöd dafür kriegst du den schärfer aber nicht meckern wenn er weg ist wo schleppst du hin keine ahnung zum gegner die haben satt den irgendwo bestimmt schon 3000 stück in der wohnung stehen was soll ich mit so viel dingern entschärfer üben hast du auch 10 eliter outfits vom kirchenmann wieso fragst du ihn da noch ihr müsst eure drohne verwenden um eine bombe aufzuspüren klingt wie drüben ähmchen ähmchen schonmal nicht die t5 vision oder urex urix alibe ja aber wir kennen alle urex oder linkstest freak Einsatz in 5 sekunden gelangt zu der bombe und entschärft sie haltet nach anderen ausschau oh Leute fährt jemand Motorrad ich bin's nut bombe gefunden OMG. Nicht wieder umbringen. Hast schon ein Dreieck. Gehabt. Oh, jetzt hab ich schon mal. Aber sorry, dafür konnte ich diesmal nichts. Nee, war ja ein Okay. Ich dann in der Mitte des Raumes ist und hab da noch jemanden erwartet. Bin dann einfach zur Seite. Schäm dich. Kann man schon mal machen. Oh Mann. Oh, Alibi sitzt auf der Treppe. Uh, uh, uh. Alibi auf der Treppe, also nicht bei den Bomben. Bei mir, bei mir, bei mir. Naja, geh mal außen rum und komm hoch hier. Das andere außen. Ich wechsle das Magazin. Entschärfer ist aktiviert. Beschützt ihn um jeden Preis. Da fliegt was. Gegner neutralisiert. Eigener Druck erfolgreich. diesmal konnte ich der pult nicht so schnell weg robben da lag neben mir auch wieder gerade so oder dass ich ihn nicht mehr kriegen konnte. Fast. So ein Wetter! Hm? So ein Wetter! Du sammelst doch. Hm. Total. Jetzt auch noch Werbung für Tankstellen machen. Überhaupt noch. Ja. Die haben A11 aufgekauft. Was ist A11? E-L-F. A11? Knapp dann hier. Ist auch vorbei. Scheint wieder da ist in der Ecke zu sein wie gerade eben. Immerhin. Auf jeden Fall nicht Parkraum. Kessel haben sie. Das ist wieder Fußball. Wieder Fußball. Ah dieses Rohr ey. Oben auf dem Dach ne. Ah. Kaschle. Okay es juckt ihn überhaupt nicht. Kapkan haben sie noch. Oh Gott, was läuft hier alles rum. Ho-oh-oh-oh-oh Das B财iner raucht jetzt eine Weile. Oh Gott, hier ist doch... Ne. Ich nehm' nur Tüten. Einsatz in 5 Sekunden. Mit Tütchen geb ich mich nichts zu spiel. Ha 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 ha. Ey, alles bitte schon mal was machen ey. Das ist doch nicht wahr. Oh, jetzt hat Kessel hier zugekesselt. Mach auf. Greife hier auf Verteidigung an! Stacheldraht, Annäherungsalarm zerstört. Dann, äh, scheiße. Kali zerstört. Mhm. Selma Sequenz wird aktiviert. Du machst dir ja gemütlich. Hm? Du machst dir ja gemütlich da auf dem Tisch. Hm, ne, was ist denn bei dir gemütlich, ey? Bereite eine Durchbruchsequenz vor. Boden wäre schlimmer. Nein, Boden ist bloß. Huhu, huhu, huhu. Ich erwischt. Äh, Hanf ist einer drin. Durchbruch mit Selma. Anbauraum. Wechsel Magazin. Ganz hinten in der Ecke links. Ah ja, passt. Ich mach mal bloß mit der Aufseher, Fino. Verspät er. Fertig. Bist. Bist. Einer vom eigenen Bruch verbleibt. Links ist er. Einer vom eigenen Bruch verbleibt. Äh, oh, rennt dich irgendwann. Smokin, man. Der wird, oder? Der ist auf der Treppe. Äh, jetzt hat er meine Kamera. Ja, Smoke ist auf der Treppe. Der hat da ein Loch reingeschossen, nix, ne? Okay, ja. Nein, aber bleibt. Nein, scheiße, er hat mir auch gehockt. Wie hast du den denn jetzt eigentlich gehockt? Weiß ich auch nicht, ob einfach mal hingeschossen, wo der Schuss herkam. Das ist eigentlich Stein, ne? Naja, so halb. Ist der erste Hacker schon? So. Ha, der erste, nicht der letzte. Nee, ich hab zacker geschrien. Ich weiß nicht, warum der das Z immer mitschreibt, ey. Vielleicht wird es gedrückt, das mit den Wurstfingern. Nee, damit öffnest du ja den Chat. So zumindest bei mir. Ich hab's aufs Komma gelegt vom Nummermblock. Ja, Z ist ständig. Manchmal, oder wenn, das erste Mal, dann macht der irgendwie mal Z mit rein. Kannst du mal umbelegen und wieder auf die gleiche Taste zurück? Vielleicht macht's das dann weg. Ich hab das Problem nicht, weil meine Taste, mein Chat dient auch auf Z. Dann haut der Rocker immer zu sehr auf die Tastatur. Fehler in der Taste. Fehler im System. Na, bei dir. Bei U ist noch. Die Bomben schützen. Ich geh mal zur Lucke. Jo, läuft, ne? Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt sie. Wo ist die scheiß Kamera? Da ist die Schocktronne. Du brauchst noch eine Kamera. Ne, ich brauch keine Kamera mehr. Ich wurde die ganze Zeit markiert und wusste nicht wohin. Oder woher. Oh, er ist noch zweifach offen. Nein, wenn man noch eine wand. Dabei geh ich noch kurz vorhin auf. Na, was schubst denn hier? Jetzt geht das nicht mehr. Oh, Mann. Seid ihr willkommen zu klein. Jemand Waschküche? Und Außentür. Es schadet mich. In der Waschküche? Was? Was? Wie kann... Wie stirbt die denn nicht? Ah, ah. Einer weiß alles! Mann, ey. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trucks. Einer Tobi eliminiert. Einer Tobi eliminiert. Mission gescheitert. Ja, genau! Ein Robbär. Ich weiß nicht, wie er das schön überleben konnte bei mir. Kann sich dann auch noch umdrehen, ganz gemütlich. Trotz Team-Mitglieds-Eliminierung auf der 1 ist noch Cheats am Werk. Also für die Eliminierung an dir kann ich diesmal nichts. Wer hat denn geschossen? Ja, du standst im Weg mit deiner Eierbirne. Die war vorhanden geschossen. Ich stand im Weg, ich bin gelaufen. Hast dich also schon mal aus dem Spiel genommen? Dein Kopf war im Weg. So! Mhm. Ich hab die ganze Zeit aufs Schild geguckt. Nein, da kommst du ins Bild. Ich bin unschuldig. Guck nicht so viel aufs Schild. Wenn du mir die ganze Zeit hingeguckt hättest, dann hätte ich, wäre ich ja noch am Leben gewesen. Er hat mich ja von da ausgegeben. Immer auf die Kleinen, ey. So. Kleinen werden von den Großen gefressen. So klein ist Alibi gar nicht mit den 1,71. Wer redet denn von ihr? Na, Alibi war doch da, oder? Du hast sie angestiftet. Brrrr. Die SAS-Einsatzkraft-Übungsplatz-Dings ist irgendwie bei mir kaputt. Du hast das Spiel kaputt gemacht. Kannst du das spät? Ja, das Wort. Guck mal, die hat dir gleich weggenommen. Ach nö, sollst du doch spielen, ist doch, ist doch nicht schlimm. Ja, aber du wolltest doch unbedingt üben, hast du letztens gesagt. Den Raum befestigen, die Geisel muss gesichert werden. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, dafür hast du die Hemden. Die Wand ist verstärkt! Ähm, Blended macht das schon. Wie, was macht ihr schon? Achso, Strom drauf. Mach du mal deins da weiter. Twitch, Schamme. Geht's zu? Oh, Twitch nicht gut. Ich lade mein Magazin! Sie hat bloß noch eine Drohne. Damit kannst du viel Schaden anrichten. Band verstärkt! Zehn Sekunden. Nur noch fünf Sekunden. Böses Auge ist bereit. Stacheldraht ist verlegt. Gute Arbeit. Standort der Geisel weiterhin unbekannt. Böses Auge bereit. Ach ne, ist im Loch. Keine Verstärkung mehr da. Kacke. Aber da bei der Bar verstärkt, genau. Echt super, ey. Die Sau haben sie. Oh, du dämliches Stück Scheiße. Keinen Schritt weiter, Mann. Fühlt aktiv und einsatzbereit. Ich glaub, die machen gleich die Fleischluke auf. Ha 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 ha. Ein Clash da mal gehen, wurde er. Bei der Bar hat grad eine Drohne und ein Handy geklackt. Beide Schockbrune kaputt. Okay. Okay. Leck um ihn. Okay. Vorsicht dahinter, dicke Tür. Hier geht auf. Küche. Scheiße. Die sind drei zu dritt da hinten, ey. So viel arg nicht. IQ haben sie noch. Scheiße. Jetzt kommen die auch rein. Kannst du Torte gucken? Hast du Mappels Auge da noch? Ja. Ja. Wir sind zu dritt da. Oh Gott. Jetzt drohen die Drohne auch noch rum. Einer ist jetzt bei der Torte. Scheiße. Jetzt kommt da jemand. Der andere geht andersrum. Jetzt ist die Sianer. Lass mich liegen. Lass mich liegen. Lass mich liegen. Boah. Mission gescheitert. Eigener Operator. Reingehobbt. Wird es tun? Imuutраuer muss. In Richtung des Zordffs. Eine Vergnügen der Streif auf хочет. Im K印paar ist die R змai. Wo obenrchen wirum. En ist noches. Da ist die R meng порядure. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Die Geisel muss gesichert werden. Ach, Rubisoft. Klappkrone ist kaputt. 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 da baum ich würd's zu Geisel gehen 1 sind Zigaretten Zigaretten ich hab das nicht der, der so blöd gestorben ist unter dem Fenster der ist Lysion da unter dem Oberlichtstand der sich beschießen hat lassen ja ihr müsst die Geisel zurückholen vor allem der letzte Gegner eine mit und die nächste gleich mit Küche und Strom haben sie hatte ich auf Freizeitpark auch da war meine Drohne praktisch unter dem Geländer und wurde noch erwischt bestätigt, dass sie bei dem Gegner nach oben bei mir war's halt bloß schon auf dem Weg nach unten Stehen bleiben, nie und markiert ich bin bereit Argus platiert Argus platiert wo ist hockt hier noch der Bäckereibar oder ne 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 Päckereibar ist auch gut guck Kamera, wo ist hier glaub ich ne Kamera mit oh hier ist jemand hinter roten Treppe ist was bei der normalen Kamera ist noch ne Kamera glaub ich oder ne das ist nichts wird angezeigt da oben ist er Bandit tot ich glaub hier in der Ecke ist was in der Ecke ok was ja die sitzt in der Tür oh nein von da roten Treppe hat mich höher reißt doch rein warum du da hingehst kannst du da nicht einfach hingehen eigener Druck getötet ich glaube Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, hinter der Bar Ich habe ihn noch an der Tür gehofft Ich glaube Westmann hatten sie noch Fünf Sekunden bis zum Einsatz Position der Geisel ist unbekannt, Einsatz trotzdem freigegeben Ich habe ihn noch an der Tür gehofft Ich habe ihn noch an der Tür gehofft Kameraformer Kameraformer Ah, jetzt hätte ich wieder rausgezogen Ach Ubisoft Das ist ein Witz Oh, ich weiß es nicht Oh, wer hilft dem jetzt da unten? Bin im Treppenhaus Dann geh doch mal hin Beim Klavier sitzt Rook Okay Dann ist Kamerafrau woanders Kamerafrau habe ich Ja, gerade so Ich gucke jetzt Richtung Klavier Und habe ihn noch seitdem Oh, ich wollte ihm gerade In der Kapkan-Mine hatten sie noch Ja, direkt vor dir Mhm Wollte auch gar nicht durch We're сейчас schloss 'm Ja, ich gucke Ich warte Ja, ich gucke ふふ Jau Slett Nous B W Wie Das Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Die Geisel wurde lokalisiert. Was meine ich? Wann hat die Gugende gerade gehört? Du bist auf der anderen Seite von der Kamera. Ja, rosa Waffe. Gehst du die? Okay. Oops. Hmm. Hmm. Okay. Oh nö. Oh der ist da drin. Sehr gut. Ist das schon drin oder? Ja. Bei der Luke. Okay. Man zieht da eine Gammel hier oben. Dort oben, wo die kleine Besenkammer ist. Letztes Clash. Ne, die habe ich. Ne, das ist läser. Entschuldigung. Oh. Wow. Ja, ich habe ihn auch gerade gesehen. Ich habe ihn da schon vermutet, weil er getapster war. War aber ziemlich viel Glück im Flug ihn da zu erwischen. Na, warum ich den dann ausgeblendet habe, den Nickel, weil es einfach nervt. Ich habe die Hoffnung, da steht was Nützliches und dann ist es einfach nur so blablablub. Deswegen habe ich ihn ausgemacht. Nicht darum, nicht deswegen, weil er irgendwas geschrieben hat, sondern einfach, weil er was geschrieben hat und zwar vermehrt, was er ablenkt, weil man hofft, man guckt runter und erwischt was Nützliches. Aber währenddessen wird man vielleicht abgeknallt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.